Ich bin fertig. Willst du dich noch einen Moment zu uns setzen? Nein, vielen Dank. Eigenartig. Was ist eigenartig? Dass sie hier ist, meine ich. Und? Was und? Du hast einen großen Kredit, Pierre. Du bist mein Sohn und der zukünftige Chef. Mama. Mama. Du hast Mama nicht geliebt. Du liebst Anais nicht, du liebst diese Claire nicht und du liebst mich nicht. Warum hast du es getan? Was? Scher!